Hey Leute, willkommen zurück zu A Way Out mit dem dicken Wikinger. Danke fürs Einschalten. Hallo. Nein, nicht zum Jungen. Nicht zum Jungen. Wow, Vicky. Du bist echt der Vater des Jahres, dass du nicht mal zu deinem Kind abspielst. Das war's für ein I, ne? Ja. Vincent, pass die Ball. Da pass ich zu dir. Komm, wirf Junge. Ah. Wie gut die Basketball spielen können. Du, aber nicht so, ne? Ich kann super spielen. Bin der Beste. Ich hab nur Basketball gespielt. Ich bin groß. Junge, schmeiß. Und? Mach rein. Ach Junge. Geh mal deinem Sohn jetzt hier. Wow, Vicky. Wow. Du bist so nett zu deinem Jungen. Schmeiß doch mal, Junge. Ah, Alex, helfen. Nein, ich bin der Vater. Ich hab doch so'n Helferkomplex. Yay, ich habe gespielt. Ja, bitte. Du bist gut, Alex, wirklich gut. Du denkst? Ja, du solltest ein Proz. Wirklich? Ich werde gleich zurück. Ja, okay. Ihr habt natürliche Talent. Du bist viel besser als wir zwei. Ich werde die Komponente sein. Hey, schön. Was würdest du dir sehen? Sie seien, dass du gut mitbekommen bist. Wir sind. Aber ich muss bald gehen. Naja, du spielst ein bisschen und ich gehe jetzt Mama und Papa nach oben. Ich spiele Mama und Papa. Alex, hier geht's. Wir gehen nach Harvey. Er wird nicht weggehen. Er wird nicht weggehen mit dem. Linda, haben Sie idea wo Ray ist? Ray? Was hast du mit dem Arschluss? Ich muss ihn finden. Ich bin sicher, er weiß wo Harvey ist. Hast du gesehen? Ja, er arbeitet an der neuen construction site downtown. Okay, gut. Ich muss dich bereit sein, um die Lande zu gehen. Als ich zurückkehren. Don't worry about that. Ich werde es dir. Ich bin sicher, dass du sicher bist, okay? Ja. Nein, nicht nur ja mich. Geh zurück, oder ich werde dir das. Okay, ich versuche. By the way, du noch hast das Stück? Ich habe. Ich werde. Hier. Hier geht's. Ich liebe dich. Wir lieben dich auch. Habt ihr meine Fotos gesehen? Ja, du warst wirklich gut. Wie ich gesagt habe, du bist ein echtes Pro. Was denkst du? Schön, Junge. Schau, Junge. Schau. Ich muss jetzt weg. Ja, du? Ja, ich mache. Aber du schaust deine Mutter jetzt, okay? Kannst du noch ein Spiel spielen? Nächste Mal, ich versuche. Komm schon, gib mir ein hug. Okay, Junge. Geh zu dein Mutter jetzt. Okay. Im Prinzip müssen sie doch nur beweisen, dass diese Nummer Harvey für alles verantwortlich ist. Ich meine, da hat sein Bruder ja nicht getötet. Und Leo hat auch den anderen Kerl nicht getötet. Für alles Harvey. Eben. Ist halt auch ein riesen Arschloch, ne? Ja. Ich meine, gut, die waren zwar beide nicht ganz sauber. Die haben halt kriminelle Dinge abgezogen, aber die haben keinen umgebracht. Wohl. Aber Leo würde nicht das Mordes angeklagt wie Vincent. Eigentlich. Hey, 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 hey. Where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Dann gib uns einen gelben Helm. Ja, ich wollte meinen Weg, oder? Ich denke mal. Jetzt kriegen wir einen gelben Helm und dürfen gucken. Mhm. Vielleicht glaube ich der ist. Ich glaube, du sagst einfach, ja komm, dann geh. Mhm. Ich glaube, wir hätten ihn noch einfach K.O. hauen können. Ey, zieht mal die Helme auf. Das gefährlich hier. Ja, eben. Wow. Okay, geht nicht. Wahrscheinlich wollen sie keine Helmfriseur. Ich bin so, als ich ein Kind war. Ja, richtig. Ich glaube, du warst nur ein süßes Junge. Okay. Hey. Hey. Hey, magst du das für den Leuten mit dir auf dem Klo reden? Hey. 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 Good job, Pupin. Hey, Vicky. Okay. Soll ich mal die Hände an dir abwischen? Ja, komm, warte hier. Hm, komm her. Hast du Erfrischungstücher dabei, bitte? Meine Haare. Siehst du doch? Die sind voller Gel. Ah, okay. Das ist sehr gut. Ich muss auch kurz meine Hände ein bisschen trocken kriegen. Hm, 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 hm. Okay, wir gehen mal lieber. Ja, besser so. Das ist wirklich gefährlich hier, ne? Du musst noch was runterfahren und schon hast du einen eingeschlagenen Schädel. Ich meine... Alles gut? Aber wir haben ja unsere Helme. Und... Wir hätten schwarze Helme mitnehmen sollen. Schwarze ist mir mal für die Chefs gedacht. Du sitzt hier nicht so rum. Und ihr steht da auch nicht so voll rum. Ihr könnt später reden. Oh, am besten mit dem reden, der am meisten Krach macht. Schau dich so an. Ich weiß doch. Oh nein. Ich weiß doch. in der Hand. Haha. Der... Der... Der kaut an der Flasche rum. Hm. 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 Inspektion. It's okay. I'll find him on my own. Wait. Who are you? Me? Nobody. Have a good day now. Wow. Warum sagt er nicht auf, ich bin von der Inspektion? Kommst du mit? Kommst du mit? Ah, ist aber schön. Ich bin ein Kabinenkumpel. Hey. Hey. Hör mal. Hör mal. Oh. Warum hat er sich grad so? Erleichtert sich. Da muss man so Geräusche machen, Vicky. Lass mich noch im Trinken immer. Ach. Also ich bin fertig. Auch noch ein bisschen. Die verdammten Handyspiele. Haha. Ja. Warte, Vicky. Was ist das gewesen, wenn es ist halt wirklich ein... Immer schon die Hände waschen, ne? Papp, papp, papp. Oh. Arm drücken, man. Alles klar? Hey. Willst du es versuchen? Nicht genug. Kannst du uns den ansprechen? Ne, ne, bei mir ist alles... Alright. Warum nicht? Aber wir gehen jetzt schaffst du. Ich bin Holzfäller. Guck mal. Was ich soll? Ich kann das doch nicht. Ich bin doch jetzt so schwach für dich. Vicky ist gleich stark, ne? Und jetzt? Oh, eh. Digitiert wird auf dem Gamepad wahrscheinlich, ne? Kannst du nicht reden, Vicky, wenn du das machst? Oh, komm schon. Komm, Vicky, gib's mir. Komm, 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 komm! Oh, jetzt. Jetzt, komm hier. Oh, jetzt, Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. Nein. Komm, Vicky, gib's mir. Komm. Oh, fuck. Oh, kannst du noch schneller? Kannst du noch schneller? Komm, Vicky. Schneller. Schneller. Oh, nein. Der macht's schneller. Der macht's schneller. Vicky, Vicky, komm. Oh. Oh, hat er verloren. Oh, Vicky, soll ich dir was verraten? Das ist ja fast so. Ich hab dich immer so ein bisschen nachkommen lassen, weil ich kann echt sehr schnell Knöpfe drücken. Hast du's gewusst? Alter. Ich kann sehr schnell Knöpfe drücken. Wollen wir nochmal? Ne, das schaff ich nicht. Mein Finger. Und ich hab schon oft die Hand auf rechts gewechselt. Echt? Ich hab nur mit links gemacht. Wir können nochmal, dann war ich mit rechts. Du bist doch mal Linkshänder. Ja, aber das heißt nicht, dass ich schneller bin. Das war fast so anstrengend, wie echt ein Andruck. Ich bin da echt ein Freak. Also ich kann das sehr schnell. Wirklich. Ich wollte grad sagen, ey. Ich kann das sehr, sehr schnell. Guck mal, da schläft einer. Hey. Komm dir mal ins Gesicht, Pinkel. Komm. Hallo. Ich werf den Kram auf ihn drauf. Ich muss den Vorarbeiter finden. Pass auf! Oh, mein Gott, watch out! Oh, what the, what the hell is going on? What are you talking about? Oh, shit. That must have been true. Probably. Kennst du das, wenn wir die Leute so im Auto, was die bei den Amis immer machen? So, Truck! Wenn die im Auto einpadden. Das ist so mies, ey. Hey, you know who your boss is? I don't know. I haven't seen him all day. What about you up there? You know where he is? Who the hell are you? Don't mind him. He's just scared. Wow. Ja. Der hat auch keinen Helm auf. Das ist ganz schön leicht ziemlich. Height? Yeah. Why is it always me up here? It's not always you. Yes, it is. I'll let you two lovebirds worry this out on your own. Yeah. Yeah. Du musst auf der Bauzelle Helme tragen. Das ist jetzt Vorschrift. Ich hätte mal reden können. Ich hätte sagen können. Leon. 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 Come on, Leon. Help me, Leon. Oh. What is this? What the hell am I looking at? Dipshit. Can you explain this shit? Well, yeah. It looks like you just spit it out. It's too here. I told you it's rough. Oh. Bisschen. No, no, no. What are you? Some kind of stupid? I think you misunderstand. You're a fucking idiot. Well, I don't know. Hey. That's the guy. Yeah, I see ya. I'm sure we decided on it. You're five. Go home. But sir. That's funny, I think. Oh shit. Oh and damn. Take the stairs. I'll go this way. Hey, du Schwein. Was ist das? Ich verpfasche du. Oh, der ist ein Penner. Der hat mir das Brett weggezogen. Wow. Der kommt hoch, Vicky. Jo. Oh shit. Oh. Das tut voll weh. Oh shit. Oh shit. Und äh. Und äh. Ich seh, ich seh. Der kommt mir in den Tegel. Das ist ein Penner. Und spring. Und die Leiter. Oh, da bewegt das Funken. Aua. Ich kriege Vicky. Oh nein. Ich schneide den Weg ab. Leo. Ich hab ihn auf. He's on your side. Sorry. Ops. I see you. You're my way. Wow. Ich hab ihn gleich. Da ist er. Da ist er. Schwein. Aber wir können auch vor mir. Wir kriegen gehen. Ops. Wo ist er? Wo ist der Sprung? Wo ist er? Ist auch mal aufzug. Okay. Ich bin im Aufzug. Aber das ist auch noch mal. Ich bin auf dem. Du bist im anderen. Ich bin auf dem anderen. Wo er drin ist. Oh. Und er fährt ganz hoch dieser vollidiot. What? Was gefährlich? Wicky kommt der Krieger jetzt. Wo ist er? 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 Ich werde ihn töten. Hey, relax. Du musst das jetzt nicht benutzen, okay? Warum nicht? Wir müssen Mörder werden, da bist du wirklich ein Mörder. Alles klar. Ich bin schon ein Mörder. Nein, ist er nicht. Ich dachte aber am Anfang in dem Brief stand drin, dass er auch verurteilt beim Mörder ist. Nein, wir sind verurteilter Mörder angeblich, weil der hat den Mord seiner des Bruders angehängt bekommen, Vincent. Du bist nur wegen schwerem Raubüberfall, glaube ich. Das hat er doch gesagt, Vincent. Er hat gesagt, wegen diesem HW ist er jetzt ein verurteilter Mörder, obwohl das gar nicht wahr, weil er ist nur... Ja, du bist ja aufgewacht und wahrscheinlich haben sie keine Pulverrückstände gefunden, weil der hat ja nicht geschossen. Das war HW bei dir. Der Penner. Warte auf dich. Wir gehen einigens auf nicht schießen, ja? Ja. Ist nicht gut. Oh, oh. Oh, die sitzen auf dem Stallträger da vorne, da sind die bekloppt. Guck mal. Das ist voll gefährlich, Mann. Ist das doch wie das Bild von früher. Jaja, wo sie da auf dem Stallträger sitzen. Ne, auch kein Powerarbeiter. Oh, da haben sie mich hier drin versteckt. Keine Schweine. Der ist mit dem Kacken. Guck mal. Hey! Was hast du denn gegessen? Was hast du denn gegessen? Oh Mann, ey. Du kannst doch nicht den Mann beim Kacken stören. Da könntest du dir mal gucken. Hey Jungs, das muss. Jungs, das ist echt gefährlich. Was jeder macht. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, was hast du denn gegessen? Hahaha. Hey Jäser. Ich hab den Penner. Hey, ich hab den Penner. Du Pisser. Oh, wir gehen müssen durch die Tür wieder eintreten. Jo, go, go, go. Achtung. Eins, zwei, drei. Peng. Jawoll. Wow. Okay, du kannst den Abknallen weg. Oh, warte der Kran. Genau. Ich lasse den Kran runter und du gehst hoch oder so. Ja, komm mal. Mach mal. Witz du, was euch machen kann? Ich hab hier aber drauf klettern. Aua. Warte, warte. Lass doch. Hä? Ach so. Okay. Oh, Vorsicht. Wie ist er schnell? Sehr gut. Warte, warte. Lass doch. Hä? Ach so. Oh, Vorsicht. Wie ist er schnell? Sehr gut. Warte, ist er vorne auf dem Kran? Ja, die Fresse. Der fliegt auf den Kran, Vicky. Ich helf dir. Was, 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 was? Oh, Vicky. Oh, ich bin böse auf die Fresse gefallen. Dieser Penner, wie wärst du soweit gekommen? Oh, was kann ich starten? Oh, Alter. Wie er da springt? Alter, das kann man nicht sein Ernst sagen. Ist das jetzt zu ihm? Dann willst du dir, okay. Du bist nicht auf den Kran. Du bist nicht auf den Kran, Vicky. Du hast ja Höhenangst. Oh, der geht da rüber aufs Gebäude, dieser Penner. Ich bin da auch schon gleich. Guck mal. Alter. Ist das fertig, ey? Wir machen das echt, ne? Das ist so krank. Oh Gott. Wollen wir hier? Wann fertig? Neu? Eh, eh. Wie schnell ging das denn? Ja, ja eh. Bleibe ich doch schon. Alter. Oh, oh. Ich herren kann es loslassen. I'm on my way. Alter. Bin ich bei dir? Ja, ich bin schwer, der Meer geht rein ins Gebäude. Oh, was ist denn Penner? besser die rutschen direkt hinterher seid ihr scheiße ich gehe rechts lang jawohl wir haben ihn so gut wir sind so ein gutes team gut dass wir uns aufgeteilt haben ja das ist nicht gespannen das ist wübschen fies jetzt so you're gonna tell me where harvey is fuck you i tell you shit fuck me ok oh look at this a gun i wonder what you could do with this if you could stick it up your ass you know what let's put it here for now hey vincent i don't know about you but i see a lot of different things here that could make this guy talk ich wollte gerade sagen guys come on i've got a few ideas me too let's see if you talk or not oh das ist gemein die lampe ich darf anfangen mit der lampe oh der brichtstange geldbörse ne geldbörse warte 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 ich guck mal kurz ne geldbörse was informationen oh ein schweißbrenner ne nagel bist du alt ne geldbörse oh da war mit der lampe ja erstmal was mich mal keine bessere idee wenn das funktioniert ich habe bestimmt kinder Er redet aber auch nicht. Warum? Man redet doch mit uns. Oh, das ist kein gutes Ende, glaube ich. Also der Pyroman in mir sagt dir so ein bisschen... Oh, Vicky, das kannst du mal, das mache ich nicht. Ja, oder Nagelpistole. Oder, oder Nagelpistole. Das ist beides nicht besser, Vicky. Ich werde mir die Augen leuchten, so, na, sag jetzt was. Oh nein. Kannst du nicht mit der... Nein, nicht mit Nagelpistole. Ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen blöd, dass wir halt nur Gewalt als Wahl haben. Oh nein, ich weiß, wie war der Vicky gekommen. Das sollte ihm sprechen. Oh nein, ich weiß nicht. Ich habe hier die Brechstange. Ich sage, ich bin Gordon Freeman, vielleicht hat er Respekt und macht's. Ich bin Gordon Freeman, guck mal hier, ich habe meine Brille vergessen. Oh nein, er haut ihn jetzt nicht echt, oder? Oh nein, nicht ihr Arm brechen. Das war immerhin nicht so brutal. Das mit den Nägeln war fies, Alter. Nägel ist, äh, ist mies. Vielleicht droht er mit dem Schweißbrenner auch noch. Ich glaube es nicht, Vicky. Ich werde dein Gesicht in die Prüche firsten, wenn du nicht zu sprechen willst. Hör dich. Hör mich, oder? Wieas, wie die Dick? Näh, 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 näh! Hör, heiß, 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 heiß! Nein, der dick. Nicht der dick. Oh, sehr gut. Wow. Was hat er die Waffe jetzt liegen lassen? Na gut, Leute, das war's für den Part. Danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten. Wir sehen uns wieder zur Way Out. Bis dann. Ciao. Tschüss.